Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von The Binding of Isaac und ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an. Wir haben in der letzten Folge Eve freigeschaltet und deswegen würde ich mal sagen, wir spielen hier auch direkt. Mal gucken, was hier kann. Genau das gleiche. Wieso hat die nur zwei Leben? Soll ich scheiße. Das geht ja gar nicht klar. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, kaputt. Okay, komm her, kleine Spinne. Kannst mir gar nichts. Ach, die hat sogar gar keine Bombe dabei. Ey, ist doch kacke. Oh, hol das Feuer. Ausmachen. Ausmachen. Ja, dann suchen wir erstmal den Goldraum in dieser Ebene. Nach oben und nach unten, nach unten. Gehen wir down, Mama. Nein. Ja, oh, hoi. Was ist das? Das ist, äh, Technology, okay. Errors. Boah, ist ja voll Choral. Okay, gehen wir mal weiter. Ich hab leider keinen Schlüssel dabei, sonst würde ich das Ding ja auch aufmachen, aber... Geht leider nicht, ne? Egal, gehen wir jetzt zum Endboss. Und ich hoffe, es ist nicht The Duke of Lies. Ich hasse dieses Viech so dermaßen, ey. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja, Pin. Geil, du Mat. Das Viech kann mir gar nichts. Schlecht. 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 Nein. Aber ich finde, das ist der einfachste Gegner in diesem Spiel. Also, The Duke of Lies ist nicht schwer, aber das Ding regt mich einfach so dermaßen auf, ey. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gleich ist das Viecher schon tot. Bam, Junge. Ja, ich hab kein Leben verloren bis jetzt. Mom's Heals. Lol. Okay, gehen wir in The Basement in Two. Isaac schenkt eine Mädchenblume und bekommt die Hose runtergezogen. Korb. Nein. Okay, gehen wir weiter. Das sind nur die Dinger, die schießen, ne? Oh, ich hasse die Dinger auch. Oh, der Streit ist richtig geil. Der ist so dermaßen geil. So geil. Nein. Bam, Junge. Oh, ich liebe das Ding, ey. Ich liebe es. Schlecht. So, gehen wir in den nächsten Raum. Da sind diese Viecher. Die sollen mir hinterher gerankommen. Das erste Ding ist tot. Locken wir es hier hin. Das Ding locken wir jetzt zu mir. Wow, das Ding war echt schnell. Das muss man so geben. Nein. Stirb. Boah, Bam, Junge, ey. Das Ding ist sowas von geil. Da komm ich ja richtig weit mit. Die Übung macht den Meister. Was? Oh, das war scheiße knapp. Oh, nein, 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 nein immer scheiß auf ihn kaputt machen 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 sabine has operated in the basement okay lippenstift feuer 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 ausmachen mal gucken ob da was drin ist war nichts drin jetzt gehen wir auch weiter den goldraum in dieser ebene haben wir gefunden deswegen können wir uns zum endgegner gehen wenn wir den vorher finden sollen nicht wieder dass ich das schieße hatte so verdammt schnell stirb einfach hach verdammte diese fliegen die hast du ja auch so der auge mann ich könnte kurz sein deswegen holen wir uns jetzt ein herz was kann das fähig ich weiß nicht in den nächsten raum stirb du alle vier kam auf mich zu jetzt habe ich aber angst vor einem ok ich habe wirklich angst hier wieder das ding einfach nur im kreis laufen wenn er keine steine sind das fähig hat sich auch so dermaßen schießt auch nicht ganz ehrlich was soll das denn wo die gar das ich ja mal we play in der nächsten folge spiele ich wieder mit eisek ich kann mit der einfach nicht spielen also die hat mir zu wenig leben wir müssen uns vorher noch leben holen oh kann ich mir nicht holen dass er zu ist gott 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 verschwinden der bäder ah man wow das sieht mal richtig creepy aus ein auge ich werfe ein auge auf dich ist ja wohl scheiß auf und kaputt machen noch um kaput machen scheiß auf und kaputt 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 machen und weiter geht es los auge wir werden den gegen erschaffen ich hoffe es ist nichts zu duke fleiß Nein, es ist nur Waido Ja, Waido mag ich auch nicht so besonders Aber ist nicht so schlimm, wie sie Duke of Lies Alter, wie viel Schaden die macht Ist ja echt Choral Oh, Mann Back to the menu Ich kann mit der nicht spielen Ich will wieder mit Isaac spielen Soll ich das nächste Mal abkratze, dann endet die Aufnahme Denn die darf nicht so lang werden Nein Mit Isaac kann man auch am besten spielen Ich kenne die anderen Charaktere nicht Also, ja So, mein Goldraum Stirbt Oh, eine Bombe Oh, jetzt habe ich aber Angst Weiter geht's Suchen wir den Goldraum 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 Machen die überhaupt Schaden? Wahrscheinlich nur durch die Bombe, die dann erscheint Sonst verpissen die sich auch nur Ah, und ich treffe die noch Komm noch her Schlecht Suchen wir den Goldraum Suchen wir den Goldraum Suchen wir den Goldraum Ruhe das Feuer ausmachen Scheiße Ein Aura Wow, ist ja geil Ich glaube, damit kann man gar nicht Verfehlen Scheiß auf und kaputt machen So Weiter Jetzt gehen wir Zu dem Boss Oh nein Nächster Diogo Fleiß Oh, nee Ich hasse das Ding so Ich habe schon so große Tränen Und verfehlen Ohne Mist jetzt, ey Ich bin so ohne Träne Hö, hö, hö Bester Witz immer Pentagramm Lol Das ist der Baseball in 2 Ach, der Arme ist der Quote wahrscheinlich immer gemobbt Das tut mir echt leid Oh, da freue ich mich über Arsch Drauf Warm, Junge Sprengen wir mal auf Boom Ah, danke für das Money Schlecht Nein Die Viecher mag ich auch nicht besonders Ja, komm raus Scheiße Die haben keinen Schlüssel mehr Da haben wir was Okay, drückt mir Q Was das Ding wohl kann Das testen wir beim nächsten Gegner Schlecht Er kann mir gar nichts Ihr Luschen So Gehen wir jetzt in den rechten Raum Oh, rotes Feuer Feuer Feuer, nicht gut Feuer, Feuer, Feuer Stein, Stein, Stein Nein So Gehen wir rechts lang Feuer, Feuer, Feuer So viel Feuer Nein Nein Rotes Feuer, aus damit Aus damit Scheiße Spinne Weg mit dir So Jetzt testen wir mal die Space-Taste Oh, nicht schon wieder bei Und ich hab mich selber in die Luft gesprengt Applaus Ich will mal sagen, das war's für die heutige Folge Ciao